Ok, anderes Thema. Wir haben heute einen Stargast hier. Ja, das scheint euch auch echt nicht zu interessieren. Also, Stargast ist wieder. Gäste noch in Hollywood heute hier. Wenn wir alle ganz lieb da rum betteln, kommt das vielleicht raus. Ihr müsst mir jetzt ein bisschen helfen, ja? Ich geh jetzt mal vor und ihr schreit nach, ok? Achso, ja, ganz nah, ganz runter. Der Kollege, der jetzt kommt, heißt RoboCock. RoboCock! Heißt das? Oh Mann, so viel Feedback ist unglaublich. Also RoboCock! 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 RoboCock Das ist Robocop. Wer hätte das gedacht, ihn heute hinzutreffen? Robocop! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020